Meine Damen, meine Herren, zum Ruhle. Oh, die schönen Gläser. Tschüss. So, wer mitgezählt hat, weiß jetzt, wie viele Leute da sind. Und willkommen beim Biertaucher-Podcast 304 am 9.05.2017 in der Zypresse, Westbahnstraße, 35a, 10.70 Wien, mit freundlicher Unterstützung von wukonic.com, der Internetagentur vom Jörg und allen unseren Flatterern, Patronen, Spenderern, Feedbackgebern und Hörern. Du hast aus Österreich vergessen. Ja, der Jörg reißt so viel herum, das kann man jetzt schon nicht mehr genau sagen. Okay, darf ich einmal eine Runde machen, kann sich jeder vorstellen. Und falls ihr Themen habt, über die ihr reden wollt, dass ihr das gleich dazu sagt. Ich bin der Horst und ich rede über den Linux-Tag. Ich bin der Dennis und ich rede über die Linux-Wochen. Ich bin der Sven aus Berlin und ich weiß noch nicht, wo wir reden, wer da aber post schon mal und er gibt uns Feedback. Ja, ich bin der Thomas und ich werde mich spontan einbringen. Okay. Ich bin die Renate, ich werde mich vielleicht auch spontan einbringen. Ich bin der Karl und ich werde über den Linux-Wochen reden. Okay. Tschüss, okay. Ich bin der Clemens und ich rede auch über den Linux-Wochen. Okay. Gut, wir haben noch die Gini da sitzen und sie regeln vielleicht später. Okay. Oh je, wenn ich schreibe, dann wackelt das Mikrofon. Ja, dann musst du auf Deutsch-Wochen. Okay, haben wir irgendwelche Termine zum Verkündigen? Wir sind Wien-Festival. Wir sind Wien-Festival, ja? Wann? Ja, ich meine, es ist für jeden Bezirk, jeden Tag soll es in Juni, die erste Bezirksersten Tag und 23. und 23. Tag, aber bitte kommen Sie alle zu Florensdorf zum... 21., 19.30 Uhr, 21. Mai, Juni, 21. Juni, Florensdorf zu dem Konzert von Renate und ich, wir spielen die tollste, schwierigste, wundervollste Klaviermusik, die man hört. Ja, ich habe noch für den 19. Mai anzukündigen, ich meine, es ist der 19. Mai, da geht wieder das Friday-Night-Skating los. Ah ja, genau. Friday-Night-Skating. Und ich kann ankündigen, okay, bitte? Spindungswochen links, auch am übernächsten Wochenende, am 20. und 21. Mai. Okay. Ah, die haben auch welche. Und übernächstes Wochenende gibt es die Maker Faire Vienna, wo es einen Stand gibt von Spielen programmieren. Bitte alle hinkommen, es gibt Schokopinguine. Schokorat? Schokopinguine. Ah, sind noch welche übrig geblieben? Nein, ich habe nachgeworfen. Also. Okay, Feedback haben wir keins zuverlesen, sonst haben wir auch nichts, oder? Dann fangen wir gleich an. Erster Punkt, Linux-Tage Wien, also Linux-Wochen-Wien, beziehungsweise erstmals Fridays Vienna haben erstmals stattgefunden. Ja. Ja, ähm, wer war zum ersten Mal auf einem Linux-Tag? Ich war zum ersten Mal. Karl, zum ersten Mal in deinem Leben warst du auf einem Linux-Tag. Ja, leider, das ist ein bisschen peinlich zu sagen. Ja, okay, wie war das? Es war sehr cool. Da waren ich mal bei vielen Workshops und so Vorträge und ich habe mich auf einer Seite nicht sehr gut weitergebildet bei meines Vorträgen und Workshops und auf der anderen Seite habe ich mich sehr gut gefühlt, dass ich schon so viel Prozent schon gewusst habe. Schokopinguine. Aber hauptsächlich war es wirklich interessant und es war nie fad oder langweilig, es war immer interessanter. Und hast du dich in die Workshops reingesetzt? Ja, ja. Und in die Vorträge? Ja, ja. Okay, ja. Ich war da circa alle drei Tage sehr... Also die ganzen drei Tage hast du dich besucht? Ja. Okay. Hat dir irgendwas speziell gefallen oder ein spezielles Erlebnis gehabt? Am liebsten, den besten Workshop habe ich gefunden, den Wimford Workshop. Der Schleimer. Schleimer. Wir hatten diesen Wim-Vortrag gemacht. Irgendeine unbekannte Person. Ich glaube, aus Deutschland. Ja, aber ich meine, da waren auch andere Gründe vorbei. Ich war bei vier Vorträge, den SSH-Vortrag, den Wim-Vortrag, den Server-Hardening-Vortrag, äh, Workshop, das war ein Amt-Vortrag, Entschuldigung. Und der, was habe ich, war ich... Shell warst du nicht, ne? Shell war ich nicht. Teach Python to your children, weißt du nicht? Aber das war ein Vortrag, nicht ein Workshop. Ich meine, die dreistündigen Workshops, da waren wir, ich glaube, bei... Es waren doch nur drei. Es waren nur drei. Ja, SSH, Wim und Armin. Ja, das ist wahr. So ein Workshop, wie viele Leute waren da im Schnitt? 30 für die Saison. 30, okay. Ja, und jeder halt saß beim Computer und der Person hat davon erzählt. Und den Computer hast du auch selber mitbringen müssen, oder? Nein, da waren Computer da, aber man konnte auch seine eigene mitbringen. Okay, okay. Ähm, so, ja, ich war beim drei. Ursprünglich habe ich mich für vier eingemeldet, aber ich konnte nicht zu einer kommen, aber bei SSH, Server-Hardening und Wim. Und, ähm, ja, SSH fand ich sehr gut gemacht, aber die Großteil habe ich schon gekannt. Okay. Und ich war aber sehr gut gemacht und Server-Hardening war interessant, aber auch... Also, man muss darauf hinzufügen, der SSH war bei MacLemon und dem Lyra. Äh, da, glaube ich, brauche ich nichts zu sagen, dass die immer halt ziemlich gut sind. Ähm, äh, und schöne Motivation, das könntest du vielleicht auch mal für deine Schüler verwenden. Jedes Mal, wenn jemand eine Frage gestellt hat, gab's Schokolade. Ah. Ja, um... Um Schokoladenschirmchen... Um die Interaktion zu fördern. Ja, genau, damit sich die Leute trauen, eine Frage zu stellen. Ich habe sowas von zugenommen. Entschuldigung, ich kann gleich anbieten. Äh, für jeden Biertaucher-Podcast-Feedbacker, ja, esse ich ein Stück Schokolade. Boah! Boah! Danke schön. Ah. Für mich, bitte den Radler. Danke. Boah! Äh, ja, das... Die hatten auch noch zusätzlich zwei Vorträge, die ziemlich gut waren. Also, der SSH-Kurs. Ich habe absolut nichts gelernt, aber ich bereue es nicht, dort gewesen zu sein. Weil es trotzdem gut war? Ja, das war einfach lustig, also, ja, ja, bitte nicht so viele Broadcasting-Nachrichten. Ich schaue jetzt keinen an. Sven schaut gerade angestellt. Ja, dann der WIM-Vortrag, das war bei einem... Also, wie hat denn jetzt der WIM-Vortrag geheißen? Ja, der hieß Sven Guckes. Okay, ja. Und, ja, der war auch mal... Also, bei WIM kann man so viel immer dazulernen. Ich habe was dazugelernt, jedes Mal. Ja. Ähm, auch sehr zu empfehlen. Ich weiß nicht, ob es von denen auch Aufzeichnungen gibt, aber ich meine schon. Also, ich kann mich erinnern, dass irgendwie etwas aufgezeichnet worden ist. Diesmal nicht. Diesmal nicht? Okay, schade. Ja, hatten Ihnen kann ich nichts zu sagen. Es waren auch viele gute Vorträge, wie zum Beispiel vom Horst, die, ähm, Teaching Python-Tür. Das war aber nicht die Dichswochen, sondern Pi-Days. Ja, die Pi-Days waren ein Teil bestandiger. Ja, okay. Stimmt, egaler Bestandteil. Ich muss auch sagen, ähm, der Stefan, gab auch über paar... Stefan Hasslinger. Ich fand, das war ein Vorbild für, wie man, ähm... Vorträgt. Nein, ich meine, für Powerpoint, das ist genau, wie man Powerpoint verwenden soll. Also, ich habe noch nie gesehen, so eine gute Verwendung von Präsentation. Ich fasse es noch weiter zusammen, nämlich gar nicht, weil er hat überhaupt kein Powerpoint verwendet. Er hat das Ganze in HTML gestaltet. Ja, aber ich meine, mit Slides, dadurch, dass normalerweise man erlebt ist, dass Leute machen eine Präsentation und die sagen und lesen was auf die Slides. Ja. Und er hat nur die Slides benutzt, um zu unterstützen, was er gesagt hat. Und es hat alles gepasst. Beim Horst war halt das Erste auch gegeben. Also, das, was da stand, war nicht das, was er gesagt hat. Aber das Scrollen hat noch nicht ganz so gut geklappt. Ja, das war aber auch gut. Also, nichts zu meckern eigentlich. Ja. Ja. Der Clemens ist noch, der äußert sich vielleicht später. Sven, Renate, du warst nicht auf den Linux-Wochen, gell? Okay. Und Sven? Warst du dort? Ja, als Linux-Tage-Konnoisseur. Wie war dein Wienerlebnis? Ja, ist gut abgelaufen. Ich finde weiterhin, die Linux-Wochen haben ihren Ort gefunden. Ja, in der Fahrtechnik ist definitiv eine Vortragsumgebung und der Technik, im Internet und so, alles da. Stände waren auch da und ich habe wieder mal nicht Zeit gefunden, weil, naja, eigentlich Vorträge gehen hintereinander weg. Also, du hast zu wenig Standzeit gehabt oder was meinst du hast, hast du keine Zeit gehabt? Ja, es gibt nicht so die definitive Pause. Ja. Natürlich, weil es halt weitergehen muss und je mehr, also... Also, hättest du gerne mehr Social Interaction gehabt und mehr definierte Pausen, wo man Leute generiert? Genau, es wäre dann so gezwungen werden, irgendwie nicht zu einem Vortrag zu gehen. Und, äh... Ah, ja. Zumindest war die Sonne auch mal draußen. Man könnte mal so kurz draußen sitzen, ein bisschen. Natürlich wäre es schön, wenn das Wetter so gewesen wäre, dass man eh draußen sitzen kann. Also, du plädierst für die Linux-Tag-Gartenparty? Definitiv, ja, genau. Okay. Vorträge draußen? Ja, Vorträge draußen ist immer so eine Sache. Das liegt so. Weil Nerds an frischer Luft ist. Ja, das vertrechst ich nicht. 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 Ja, ja. Gut, Clemens, das war dein erster Linux-Tag? Nein, ich war schon öfters. Ich kann mich erinnern, vor langer Zeit war das noch im Rathaus. Und seitdem es im Technikum Wien ist, ist es wirklich ein großer Fortschritt. Ja, da hat sich schon sehr viel geändert. Und diesmal waren wirklich wieder sehr viele interessante Vorträge. Mir hat auch der Wien-Vortrag sehr gut gefallen. Ja, weil da auch für mich einiges Neues war. Und dann auch der persönliche Kontakt war sehr schön. Und das Einzige, was ein bisschen schade war, dass manchmal waren interessante Vorträge zur gleichen Zeit. Man konnte leider immer noch einen Vortrag wählen. Wobei man sagen muss, dass auch im großen Raum die Vorträge immer aufgezeichnet wurden auf Video. Also die kann man sich im Nachhinein jetzt noch anschauen. Also in dem großen Teil wurde aufgezeichnet, definitiv. Im ersten Jahr stand eine Kamera sogar dort. Es gab eine Kamera, genau, und die wurde aufgenommen. Leider nicht in den anderen, das fehlt leider. Da wurde nur meines Wissens Screencasting sozusagen betrieben. Das heißt also, das hat im E-Signal des Monitors, der vorgetragen hat, der wurde aufgezeichnet. Und ich meine auch der Ton. Hat jemand von denen, die am Linux-Tag waren, sich den Axiom-Stand angeschaut von den Open-Source-Kameras? Ja, natürlich. Schon letztes Jahr. Können Sie da was erzählen? Ähm, ja. Die Aktion ist ja schon mit Kamerab. Also, ich habe, glaube ich, letztes Jahr schon im Podcast über die Aktion geredet. Mhm. Was sich jetzt anscheinend geändert hat, dass Sie jetzt 4K und 120 Bilder pro Sekunde unterstützen. Und man sollte dazu sagen, Sie sind Open-Source, Open-Hab, ja viele Kamerapolik. Ich vergiss immer das Wichtigste. Es handelt sich um eine Open-Source-Kamera, kostet knapp 4.000 Euro ohne Gehäuse und ohne Objektiv. Meines Wissens Micro Four Thirds, das habe ich in Erinnerung von letztem Jahr. Ähm, und ja, hat einen USB-Anschluss, einen HDMI-Anschluss. Beide sind viel zu langsam, um das Material, was man aufzeichnet, ähm, übertragen zu können. Da arbeiten Sie noch dran. Du kannst die Stärken jetzt zwischen auf einer Flash-Karte, oder? Nee, im RAM. Im RAM, ah. Die können ungefähr drei Sekunden im RAM halten. Ah, ja. Also, für mehr reicht es nicht. Und, ja. Aber das Projekt lebt und gedeiht. Ja, ja, das lebt und gedeiht. Ähm, die Kamera hat Hand und Fuß und wenn man halt nur HD aufnimmt, äh, kann man über HDMI das Signal aufzeichnen. Und wenn man über USB kann man auch ein bisschen mehr aufzeichnen. Das ist ganz interessant, das ist dann so ein komisches FIFO-Device, um es ganz technisch auszudrücken, ähm, hat er mir erklärt und, ja, die Kamera, also letztes Jahr war es noch Full HD, dieses Jahr ist es 4K und 120 Bilder pro Sekunde. Habst du was über den Preis schon gesagt, oder? Ja, 4.000 Euro. 4.000 Euro. 3.999 Euro, äh, schon zusammen, fix und fertig zusammengelötet. Und die ist gedacht für Filmaufnahmen, ne? Ja, die ist explizit. Keine Fotografie. Richtig, keine Fotografie, wobei das genauso möglich wäre, wenn man halt nur ein Bild. Und zwar alle Daten RAW, nicht wie bei... Ja, man kann es dann voll bearbeiten. Zum Vergleich, die GH5, die jetzt gerade rauskommt von Panasonic, ähm, kann 4K, aber maximal 60 Bilder pro Sekunde und auch nur, ähm, komprimiert speichern. Mhm, 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 auf zwei SD-Karten. Sven? Es gab dann noch ein Spiel dort zu, äh, spielen. Ja, das hab ich nicht mitgekriegt. Das Kamerabild wurde auf der großen Monitor dargestellt, das war ein übliches Formspiel. Ja. Und gesteuert hat man das mit großen Handschuhen aus dem Plastik... Mit einem Datenabschwunsch, oder war das nur... Ein heller Datenabschwunsch aus Neonfarbe und das Ganze letztendlich, äh, ja, muss noch ein bisschen angepasst werden. Natürlich stört so ein bisschen, ähm, das Hintergrundbild dann dabei, weil sie eine rote, große Farbe an dem Ganzen, äh, sozusagen, im Hintergrund, wie sagt man, stört. Also, im Sinne von, hervorleuchtet. Ja, zum Beispiel ein roter Schal, oder, äh, rote, äh, das ist von Augenmerkstecken, genau. Und trotzdem hast du das spielen können, also, das hat nicht geworkelt. Wenn man also so die Störgeräusche, also Störfarben entfernt, dann kann man das auch noch spielen. Ja, genau. Also, letztes Jahr ging's besser beim Spielen, dieses Jahr haben sie die Kamera zu weit oben hingehangen, also, da musste ich ganz schön mich strecken mit meinem... Ja, aber man wollte es sagen, aber es ist nicht so groß. Ja, trotzdem, ja, also ich kam, äh, konnte, äh, das Spiel nicht mehr ganz korrekt spielen. Letztes Jahr war's besser, da war der Winkel niedriger, konnte ich spielen. Die haben dieses Mal es eingestellt für Basketballspieler. Ja, so wirklich. Aber nur für große Basketballspieler. Gibt es eine Handwürsorte? Ja. Okay, dann erzähl ich noch schnell davon. Äh, ich, äh, war beim Python Days diesmal, also, die waren inkludiert in die Linux-Wochen, war der erste Python-Tag Viena. Äh, was, äh, ein sehr schönes Erlebnis war. Also, zwei Tage lang nur, äh, Python-Vorträge. Und gleich, wie ich dort hingekommen bin, wurde ich sofort gekidnappt und dann hat geheißen, du machst jetzt Session-Chair. Das heißt, ich habe neben dem Vortranken sitzen müssen und meine Aufgabe war, so Schilder hochzuhalten mit, äh, ten minutes left, five minutes left, äh, one minute left. Und dann halt dafür sorgen, dass der Nächste da ist und schon sein, äh, Laptop an den Beamer angeschlossen hat. Und genau zu dem Thema gab es dann gleich eine sehr peinliche Eröffnungsszene, weil, ähm, dieses Laptop an den Beamer anstecken hat in dem Saal, wo die Python-Tage waren, nicht funktioniert. Und zwar war der Saal schon voll mit, der Dorf schon 50 Leuten, 50 bis 100 Leute. Und die haben dann alle gewartet, ich glaube, über eine halbe Stunde, eine halbe Verzögerung gehabt. Und am Schluss hat, äh, also ein Techniker oder ein Nerd ist, äh, hat einen Stuhl auf eine Bank getan, hat sich oben auf den Stuhl gestellt und dann oben so versucht, an den Beamer herumzudrücken. Wir haben zwei Techniker von der FH-Technikung unter dem Tisch gekniet sind und da hat Kabel herumgedacht und mehrere Nerds sind halt herumgestanden und haben großartig Gips gegeben. Und, ja, zum Glück war es nicht mein erster Vortrag und der arme Klaus, der das organisiert hat, das Ganze war ein bisschen dann schlecht gelaunt. Aber es hat sich dann mit, also, in einer halben Stunde Verzögerung alles eingespielt. Mein Tag war dann, ähm, um zwölf, über, also Teaching Python to Children und dann... Um 12.30 Uhr. 12.30 Uhr, genau. Verspätung, ja. Da habe ich gehen müssen und, ja, das war ganz okay. Und am zweiten Tag war ich dann dort, äh, im Gang, habe einen Stand gehabt, also habe am Python-Stand mitgeholfen. Und das war sehr, sehr nett. Äh, sind immer wieder Leute gekommen und haben mich zum Teil auf dem Talk angesprochen oder einfach nur so über Python geredet. Und, ja, es war, also wirklich für mich ein, ein sehr schönes Erlebnis. Außerdem war es sehr nett, dass der Sven mir extra eine indische Reporterin überlassen hat. Ja, extra angeliefert. Und, ja, die leider heute nicht da sein kann, aber die halt im Norden von Indien ein Radio-Jockey ist. Und ich habe mir sagen lassen von Leuten, die in dem Hostel waren, die auch dagegen kommen, dass sie sehr bekannt sei. Aber natürlich weiß ich, wiss mir nichts davon, weil sie eben auf Gujarati und Hindi spricht. Und selbst Englisch ist nicht gerade so viel dort. Ähm, oder wird vom Sender gar nichts verlangt. Oder eher, ja, sprich in deiner Sprache. Und ich bin gespannt, was passiert, denn wir haben ja, ihr habt ja Podcasting-Tipps gegeben. Und jetzt geht sie ja so nach Hause und wir werden sehen, inwieweit sie das anwenden wird und ob sie dann wiederkommt. Und uns berichtet darüber, wie es gelaufen ist. Ja, also ich kann nur sagen, insgesamt sehr, sehr empfehlenswerte Linux-Wochen und vor allem Python-Tage und, ja, hingehen und es gab auch so bei den Standeln waren genug Leute. Die Leute sind mir sehr sympathisch. Sympathische Leute. Ja, das Ding. Es sind auch nette Leute, ganz super. Und ist es auch was für Leute, die sich gar nicht auskennen? Ja, es waren relativ, ja, es waren, sind Leute zu mir gekommen, die gesagt haben, sie haben jetzt beschlossen, sie wollen programmieren lernen, aber haben noch nie, also sind totale Anfänger. Und die haben, glaube ich, auch beim, zumindest bei einigen Python-Vorträgen, haben sie was gefunden. Und ich denke, das Interessante ist, dass du in den Standeln davor oder am Gang halt zwischen den Seminaren Leute kennenlernst, die, die dir dann weiterhelfen oder sagen, ja, da gibt es eine Lerngruppe oder da gibt es einen Meetup und so, also das waren recht nützliche Gespräche. Da war auch ein Standel über Internet of Things. Genau, ja. IoT Austria, ihr magst, Otromotix. Otromotix, ja. Das war auch interessant für mich, denn das, die hatten auch Geräte, zum Beispiel, das schickt dann Raspberry Pi Informationen über Temperatur und Verfolgtheit. Das war, es ist ein Groove Adapter gewesen. Ich habe zum Beispiel auf meinem Stand dann so einen spontanen Lernepython in 10 Minuten Stand gemacht, also das, was man halt auch für Anfänger was macht. Es gab, glaube ich, keine großartigen Anfänger-Beginner-Seminare, oder das kann man auch noch machen, wenn man merkt, dass es für was? Einfach für totale Newbies. Achso, allgemein in SSH gab es. Aber es ist normal etwas, was du auf Linux dann noch findest. Also wenn du die geschlossen hast, du interessierst dich jetzt dafür, solltest du dann auch so viele Leute finden. Jetzt habe ich es vergessen, was ich sagen wollte. Clemens, sprich mal von deinem Fazit. Hast du die Standorten auch angeschaut? Ja, ich hatte natürlich nicht so viel Zeit. Ja. Aber ich war dann noch in dem eher verschnaviert worden von McLemmon und Leia in einem Vortrag über Web-Server, was auch sehr interessant war. Sehr speziell natürlich, nicht doch ein bisschen geekig, aber wirklich sehr ins Detail, was man noch alles raus holen kann. Ja, ich habe dann wirklich abgedreht, von Kompression über wirklich neueste Verschlüsselung, über Sicherheit allgemein, genau. Und wie man das letzte halbige noch rauskitzeln kann. Also du hast dich gefreut, dass dann hochqualiert da du einen Vortrag bekommen hast? Ja, und ich glaube, es gab auch einen Vortrag für Linux-Anfänger, ich bin mir jetzt nicht sicher. Es gab sich etwas über Ubuntu, genau. Ja, für komplette Anfänger. Für Desktop-User. Genau, sowas, genau. Das brauchst du nicht. Es steht ja auch meistens auf dem Programm manchmal drauf, also Handfänger oder Fortschritte, ja. Ja, und es waren immerhin drei große Hörsäulen parallel und mehrere Seminare. Ja, ja, schon großes Angebot. Es gab auch Firmen. Ja, stimmt. Gute Frage. Keine Ahnung. Das sind die Leute von Quintessence. Christy Aitler macht das ja schon seit 15, 16 Jahren. Okay, Quintessence. Und übliche Verdächtigen, die bei der Quintessenz sind, genau der ganze Verein macht das und reißt das. Also, die mieten sich nur ein bei der Fachhochschule. Genau, die Fachhochschule setzt das zur Verfügung. Also, Fachhochschuletechnikum ist mehr oder weniger sogar Mitveranstalter. Es gibt da sogar eine starke Überschneidung personell. Ja, sehr viele Leute, die Vorträge und Sachen gemacht haben, arbeiten, ja. Nicht so viele, aber ja, ja, gab es auch ein paar. Kuriose Vorträge gab es auch, unter anderem Vinyl to MP3. Da habe ich... Also mal Schallplatten. Schallplatten zu MP3. Ich habe mich natürlich reingesetzt, weil ich, wie die, die zuhören, wissen, habe ich Schallplatten. Und höre es ja auch. Und mich hat die Kuriosität interessiert. Ich habe leider die erste halbe Stunde mehr oder weniger verpasst. Da hat er nur noch zum Schluss das Pearl-Skript, was er geschrieben hat, erklärt. Das war für mich ziemlich langweilig, weil er einmal hat das alles angezeigt und ich habe sofort alles verstanden. Und dann ist er auf jedes Detail eingegangen. Und da ich wusste, dass draußen was anderes Interessantes ist, bin ich dann auch gegangen. Es ist vielleicht... Es ist eine schöne Kuriosität gewesen. Andere Sache für Anfänger ist mir jetzt noch eingefallen. Und zwar, das hast du gar nicht mitbekommen, Horst. Axiom haben auch am allerersten Tag, am Donnerstag, einen Lötkurs für Anfänger in 10 Minuten oder sowas angeboten. Und zwar nicht irgendwie löten, sondern SMD löten. Das muss doch werden, was ein SMD ist. SMD sind die ganz, ganz, ganz kleinen Kontakte, die dann gleichzeitig... Also, früher war es so, die Pins gingen durch die Platine durch. Man hat also wirklich ein Loch durch die Platine gebohrt und hat die Pins durchgesteckt und dann auf der anderen Seite verlötet. Bei SMD löten wird auf der Seite, wo das Bauteil aufgesetzt wird, auch direkt angelötet. Und das ist perfekt für Leute, die wollen wissen, wie man Rottchips angelötet. Ja, so ungefähr. Es gab dann kleine Platinchen in Herzformen, Sternenformen und so weiter zu löten mit ein paar Leuchtdioden und da war es schon auch Logikgatter drauf und dann gab es schöne... Ja, Figuren zu leuchten. Mit Batterie. Leider habe ich es verpasst. Ja, war nur dann erst... Leider habe ich es nicht gelernt, bevor ich meinen PS2 zerstört habe, aber... Sven, dein Fazit als Vortragende, als Seminarleiter... Du hast aber ein Seminar geleitet, ein WIM-Seminar. Naja, WIM-Workshop. Workshop, als Workshopleiter. Ja. Warst du zufrieden mit der Qualität des Publikums? Ja, natürlich. Ich war sehr zufrieden. Das ist ein wirklich ausgesprochen gutes Publikum hier in Wien und ja, alles sind Experten und werden noch Expertiger. Genau. Na, also es gab gute Fragen, darüber habe ich mich immer gefreut. Ja, ich habe es eh so angelegt, dass ich sage ganz kurz, also die Sache hätte auch noch fünf Minuten beendet sein können. Ich habe es darauf angelegt, dass Fragen kommen, weil ich wissen will... Du hast auch Schokolade verhältn? An Fragesteller, oder? Ich habe nicht Schokolade verteilt, ich hatte es vorgehabt, aber ich habe die Schokolade, die ich besorgt habe, vorher gegessen. Ja, ich habe euch Schokolade gegessen, aber ich habe sie gegessen. Ja, dumm gelaufen. Aber ich habe Stickers dabei gehabt und ich habe vergessen, sie zu verteilen, aber das haben wir dann ja gestern gemacht. Ich möchte noch was hineinfließen lassen. Es gab noch Folgefragen, es gab Interesse an weiterem. Wir haben deswegen gestern weitergemacht am Technikum. Und du hast spontan einem extra Workshop nachgeschoben. Sozusagen, genau. Und das war schwierig mit dem Raum, oder? Nein, weil das so schön war, ich habe den Techniker angesprochen beim Technikum. Vom Hertha-Technikum, ja? Und dann haben wir dann Herrn Rath und seine Kollegen, genau, sie haben es möglich gemacht, den Raum dazu bereitzustellen. Spontan in einem gratis Raum gekriegt mit Infrastruktur und allem. Genau, Infrastruktur, genau. Und sie haben auch wieder das Linux-Wochen-WLAN aufgedreht. Und das haben konnten. WLAN gekriegt, Geräte, Raum. Ja, genau. Geräte, die sind nicht. Die Leute haben mir eigene Geräte mitgebracht, das war mit mir so ein Seminar rum. Aber es gibt eben ein Teamer und diesmal aber also nicht einfach nur, ich mache irgendwie etwas dasselbe, sondern show and tell. Das heißt, jeder zeigt mal was her. Und nach dem üblichen Anlauf, Dingen, die man halt einrichten muss und so weiter, gab es auch einiges. Wir haben das Ganze dann zusammengefasst im Textpad und um 8 Uhr war halt offiziell Schluss. Das heißt, naja, halb 9. Und danach waren wir im Kreuzchen und das war ein runder Abend. Ah, das war jetzt das Kreuzchen. Genau. Und jetzt direkt der Übergang von gestern zu heute und zu Titanpad. Das gibt es ja aber ab Ende des Monats nicht mehr. Ja. Ja, gestern, okay, dürfen wir uns überhaupt fragen? Das ist ja dann mehr oder weniger schon fast eine offizielle Ankündigung von gestern auf heute. Sprich einfach. Naja, okay. Ja, es gibt, naja, auch das Kryptopad. Du kannst es jetzt so ein bisschen noch andeuten und ein bisschen rundherum. Du kannst auch direkt sagen. Wir haben schon einen passenden Nachfolger fürs Titanpad. Hurra, und wie heißt der? Kryptopad. Kryptopad. Ja, aber wo und so weiter dürfen wir wohl scheinlich noch nicht ankündigen. Gibt es schon eine URL dafür oder soll ich nach Kryptopad googeln? Ne, das gebe ich dir alles noch. Das ist halt noch nicht offiziell. Also, liebe Vera, Sie wissen jetzt, dass ich das wissen werde, aber Sie wissen es nicht. Das Ding ist noch nicht offiziell angekündigt worden. Der Betreiber hat das noch nicht offiziell bereitgestellt. Wir können es mehr oder weniger höchstens Beta testen. Das läuft erst eine Woche. Wie meinst du jetzt uns zwei oder alle guter Woche? Biertauben. Ja, erstmal intern und dann... Einer rede kurzer Sinn. Ich weiß, dass die Leute noch am Server erneuern und verbessern sind. Und deswegen sollten wir das wieder auf die nächste Woche verschieben. Aber zumindest, wenn die werden das langfristig betreiben, wir haben... Also, es gibt Hoffnung auf Kryptopad. Richtig, genau. Und ein Blitz kann und darf jetzt wirklich sterben, weil es gibt einen passenden Nachfolger. Sehr gut. Ich habe damit zum Linux-Tag nichts mehr zu sagen, außer dass es schön war und wie man im Besuch hat ist. Nur weil Wien gut war, heißt das natürlich nicht, dass man in andere Städte nicht gehen soll, wo er vielleicht noch ist. Die Axiom-Leute waren halt am Donnerstag da und sind dann Freitag zum Maker Faire Munich gegangen und dann aber demnächstes Jahr Maker Faire Vienna. Genau, genau. Darüber kann ich nicht viel sagen, außer dass er stattfindet und dass ich dort einen Tisch haben würde. Ich war noch nie auf einem Maker Faire Vienna. Ich war nur auf einem Maker Faire Munich einmal. Was ist eine Maker Faire? Das ist eigentlich ein Treffen für Bastler, die darunter hauptsächlich ihre technischen Bastelprojekte herzeigen. Aber es gibt auch die Blumenbastler, also die so seltsame Dinge mit Pflanzen machen und jede Menge Elektronik-Landkram zu kaufen. Und sehr familienfreundlich war es, was ich letztes Mal gehört habe von Maker Faire. Es ist auch ein beliebter Familienausflug, wenn man Kinder hat oder will, dass die Kinder sich mehr für Technik interessieren. Dann kommen wir dort hin. Nein, nein, das ist zu alt. Nein, das ist zu alt. Weil du mich so abschast. Diesmal gibt es immer einen Stand von Spielen Programmieren, auf dem es Schokopinguine geben wird. Ja, aber nur wenn man so tut, als ob man sich für meine Programmierkurse interessiert. Aber wer gute Fragen stellt, der kriegt eine. Ja, zum Beispiel, wie können Sie sich einen so exzellenten Programmierkurs zu so einem billigen Preis überbeleisten? Verdienen Sie da nicht zu wenig, dann würde ich sagen. Hier haben Sie meine Visitekarte mit einem Schokopinguine. Oder wie ich es beim McLem und Lyra gemacht habe, darf ich auch Schokolade haben? War ja eine Frage. Ja, ja, das ist eine Frage. Also mein Schokovorrat ist limitiert. Nur für gute Fragen, genau. Ronda hat sogar direkt eine Mannerschnitte bekommen für eine Frage. Echt? Ja, ich muss sagen, man kriegt schon etwas fürs Speaker sein. Das habe ich erst am Tag danach gekriegt. Man kriegt ein Kuvert, da ist ein Zettel drin mit so Verhaltensmaßregeln und alles Mögliche. Und eine so eine kleine Packung Il Defonso. Dankeschön. Also wenn man das umrechnet, das kostet glaube ich 2,50 Euro oder so. Und dafür habe ich 30 Minuten geredet. Also da komme ich mal einen Stundenlang von 5 Euro. Kann das sein? Oh, theoretisch. Ist okay. Hast du auch bekommen? Ja, und dann habe ich es liegen gelassen. Das hat mich richtig, ja, dann diese Schokoladendafel trauere ich noch nahe. Okay. Ehe, jemand anderes freut sich dafür. Ja, wie ich übergaschend, da war in einem von diesen Zählen ein E-Piano. Ja, im Saal 1. Ja, im Saal 1. Vielleicht nicht. Das ist ja so wie ein Eröffnungskonzert spielen. Das wäre cool, ne? Nein. Vielleicht. Vielleicht nicht. Ja, es gab nur noch zwei Filmabende. Wer war denn auf diesen Filmabend? Ähm, ich war auf dem 1. Ich war auf dem 1. Okay, erzählst einmal über die zwei Filmabende. Das waren coole Kurzfilme. Ja. Da war besonders, leider, ich weiß nicht, welche Filme gespielt worden sind. Und ich habe nicht gefunden, die Namen von den Filmen. Aber, da waren coole Filme, insbesondere, es hat mir gefallen, die spanische, der spanische Film. Und... Und das waren gerenderte Filme, also Trickfilme, oder? Nicht nur, der spanische, zum Beispiel, waren gedrehter Film. Einfach ein ganz normaler, gedrehter Film. Und war wirklich ein ziemlich, von der Geschichte her, ein ziemlich guter, es ging um Diebstahl. Diebstahl, ja, wir sollen nicht zu viel spoilern, aber es ist sehr gut, ja. Okay, ich werde versuchen, den Namen der Filme herauszudrücken. Ja, wir... Hat jemand den vom Boote gesehen, diesen Überwachung? Ich habe es letztes Jahr gesehen, und ich wollte nicht das wiederfragen, außer, ich meine, ich hätte komplett gemein sein können, aber ich wollte nicht. Sven, du hast den Film gesehen? Hm. Und? Ja, eine nette Zusammenstellung von allen möglichen Dingen. Wir werden überwacht. Was gibt's da? Der Mann ist durch die Weltgeschichte gereist, an die verschiedenen Orte. Er macht ja immer wieder so hättere Dokumentarfilme, ne? Echt? Ja, ja, ich kann jetzt gar nicht so sagen, aber im Wesentlichen, er war an verschiedenen Orten der Welt und hat Leute befragt zu der ganzen Kontrollengeschichte. Und das war gut zusammengefasst. Und jetzt, bis er nach dem Film, war er auch selber da, der Filmemacher. Und er war dann umringt von Leuten, die ihn dann die nächste halbe Stunde oder sogar dreiviertel Stunde befragt haben. Und was alles gelaufen ist, ja, das hätte man vielleicht aufnehmen sollen. Also mich hätte schon interessiert. War das eine interessante Diskussion mit ihm? Na, ich habe nur 14-Halt gehört, aber ich wollte nicht die ganze Zeit rumstehen. Ich hätte mich darüber gefreut, wenn es eben mehr Frage-Antwort gegeben hätte. Aber ich denke mal, die Hälfte der Fragen waren eben dann danach. Und ja, vielleicht dann das nächste Mal. Im Klöten ist das Essen, ja, oder? Ja, ich werde mich aber mal zurückziehen, wenn es sich so rumklappert. Ja, dann ist das, ich und die Grenate, wir waren letztes Jahr, die grüne Partei Pertelsdorf macht immer jedes Jahr ein Banderkino. Also grünen Mödling eigentlich. Gödling Mödling machen es. Und in Pertelsdorf, genau wo wir wohnen, war genau diesen Film gespielt. Und der Werner Bord war auch da per Skype. Okay, nett. Ja. Ich habe keiner gefragt. Und ich habe gefragt. Du hast immer eine Frage gestellt. Ja, und ich kann mich noch erinnern auf die Frage und die Antwort, aber ich glaube, ich will das nicht sagen. Ich habe den Film auch schon letztes Jahr im Kino gesehen. Er hat mir auch gut gefallen. Das meiste, oder viele der Themen waren mir natürlich schon bekannt. Wobei ich es gut finde, dass es solche Filme gibt, weil es einfach für die breite Masse der Bevölkerung einfach ein guter Zugang ist zu diesem Themenbereich. Ja. Also das ist wirklich doch vielleicht ein bisschen aufrüttelnd, hoffentlich. Ja, die meiste Leute verstehen nicht, warum diese Privatsphäre wichtig ist. Besonders bei IT-Sachen und bei Privatsphäre-Sachen, was die alles bekommen können. Und solche Filme braucht man natürlich, um das zu bestellen zu vermitteln. Wie hieß er in der Film? Das wurde noch nicht genannt. Ah, alles unter Kontrolle, oder? Alles unter Kontrolle, ja. Suchst du beim Handy, oder? Alles unter Kontrolle. Also, es war interessant, aber ja. Okay. Ich finde es gut, das sind auch in Österreich, von Österreich auf Deutsch, solche Formen nachgegangen. Da ich den letzten Podcast auch noch nicht veröffentlicht habe, habe ich jetzt auch keine Themen mehr. Mag jemand schon euch klar was antreten? Ich hatte ja eigentlich keine Themen mitgebracht, absichtlich. Okay. Oder ich rede mit den Sachen, die ich sowieso letzte Woche schon angekündigt hatte. Machen wir es nächste Woche. Okay, wieder auf nächste Woche. Spiele ich ja heute wieder den Gregor. Spielst du Gregor? Passt, ja. Gut. Dann würde ich sagen, beendet. Können wir uns wieder setzen zum Swing? Ja, dann vielen Dank und bis nächste Woche, 19.30 Uhr, Dienstag. Tschüss. Ciao. Speaking with Gini from Taiwan. Ja, Taiwan. About first time in Austria. Hi, Gini. Hello. Hello, how long were you living in Taiwan? 22 years. 22 years. Yes. And then why you got out? Because I won't find, I can forget. I won't have a chance to join a dance company in Europe. What kind of dance are you doing there? Contemporary dance. What is that? Modern dance. Modern dance? Yes. Is that where you jump around on a stage? Yeah, yeah. I am doing something crazy. You can scream or? Yeah. Or just hit yourself. No. Ah, okay. So you express feelings and movement? Yes, yes. Okay. Mm-hmm. But you're wearing clothes, so everyone is dressed. Yes. What you imagine? Easy clothes. Okay. And is this kind of dance more popular in Asia or Taiwan than is it in Europe? Or is it an international movement? I think it's not so different about Asia or Europe. It's equally crazy. It's equally popular. But because in Asia, we don't have so much chance because the whole art market. The art market? Yeah. It's not enough source. We don't have... Is it only the big cities? Yeah, you can say there's only maybe one city in the country. In Taipei? Yes, in Taipei. And even you join... Concentrated there. Yes, even you are a professional dancer. You join a big dance company, but you cannot support your life just to be a dancer. Yes, so it's very difficult. So I want to... Actually, many dancers go out to America or Europe to find an agency. So there's more market for art? Yes. Okay. And with Asia, with all these Nascend cities, with now middle class, like Hong Kong and Singapore, and all these cities who are very rich, as many people, is there no market for art? What do you mean? As an artist person, like as a dancer, could you not make a living in Southeast Asia, like touring Singapore, Hong Kong, and some Chinese cities? Yeah. What's the question? I don't understand. Instead of going to Europe, then you could go instead of to Europe. Also, is there a bigger market than in Taiwan, in Singapore, and Hong Kong? Yes, yes. Yes, it is. But you still try to go to Europe, and that's all. Oh, uh... My question is that, I guess that there are more millionaires and more rich people living in Southeast Asia than in Europe. So, I think the art market must be bigger. Yeah, but because... I think the art market must be bigger. It's because the audience, the public in Asia actually is not usually going to theater. Ah, okay, so there are rich people, but they are not paying for art. Yes, they go to the concert, but the concert is pop music, it's not art. Yes. I see, I see. Yes. Yeah, big problem actually. Okay, okay. And do you see, is this changing over time? So, is there now... It's becoming more popular in Southeast Asia to invest in... for audience to go to art performances? Yes, but I think maybe more 20 years after. It's not now. Okay. It's not now. It has to take very long time. So, if you want to dance now, you still, as an artist, have to go to the rest? Yeah. Okay. I understand. Okay. Yeah. How do you survive? I don't know you. I'm still trying to find my way. Okay. Yeah. Before I come here, I do many kinds of jobs. I be a dance teacher. I teach a teenager ballet class. I do business dance, just like a... Business dance? Yeah, business dance. How I explain this... What is business dance? It's like a showcase. Just not in theater, maybe just on the street and make a show. Yeah. And yeah, it's a case to... I need to... To demonstrate something or to make a narrative, to tell a story. Yeah, kind of. Yes. So... It's for business companies, for example, or for... The business hires you to advertise something or entertain something. Yes. Yes. Uh... No, she doesn't understand. Shepps will. Okay. Um... So what did your parents say to your decision to become a dancer? Yeah. They... Actually, in the beginning, they were very worried. Yeah? And continue to ask when you graduate from university, what are you going to do? So they would prefer that you study something else? Yeah, but the answer then is if I just need to support myself, actually I can find many kind of ways. Work. Yeah, work. So you don't worry. Yes, but maybe, not maybe, for dance, for art, for me it's more hard, it's a big challenge. Your heart is more fulfilling, okay. So why not just try? Yeah, I know it's difficult, but I still work. Okay. Can you tell me about differences you perceived, yes, as an artist or as someone living? Do you think people have a different way of expressing their emotions, not dancers, normal people? Yeah. Is the culture of how you express yourself emotionally, is it different in Taiwan than in, like, say, Austria? What is your experience so far? Can you give a typical example? Okay. Maybe. People in the supermarket, do they act different? I think in here I feel a very strong feeling is the people like talking. Like talking. Like talking to each other. Yeah, and it's face-to-face, but in Asia, actually, we're not really, uh, usually to do this now. Face-to-face? Yeah, we use a lot of phone and, uh, app, chat, yes, just writing. Ah, okay, maybe it's a, uh, 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 two in the future. We like to make a lot of photos to correct the memory of something, yes, record, and, uh, but, yeah, I think it's, okay. So instead of, um, talking to each other, you, you would rather dance your message? No. Send a video. No, because, uh, dance is, actually, it's, if you want to tell a story, it's the most hard than anyone, any kind of art, because it's too quick, just a moment. So you cannot really catch a message, but it's just a imagination. If you dance slowly. Yeah. But maybe it's not what I want, and, uh, most of the time, when I dance, it's not trying to express some story of, uh, of course, it has, uh, something to tell to audience, but, um, most of the time, actually, it's just, you can see the beauty of the dance, and, uh, yeah, just enjoy, uh, every vision, uh, every vision, mm-hmm, and movement. Did you know that we have schools here where the pupils learn to dance their name? Moog? No. Em? I, I don't know the whole name. Well, do. Em? Okay. Well, there's... The name. Yeah, the name. They dance the name, so, uh, have you learned to dance your name, to express yourself, such people, that when you dance, people know that your name is Genie? Uh, I'm not really understanding. J-E. Oh, okay. Something, you know. Yeah, we play this subject, actually. Yes, we do this before. Oh, I would like to see the host to dance his name. Yeah. Actually, my name is all German, and means the man who come out of the wood. Oh. Yeah. Well, that'd actually be very interesting. Just after a moment, it's already, please. I would probably, if I would dance my name, I would be a very freestyle dance. The car. Yeah. Okay. I go. Good. And maybe then everybody would know that your name is actually Dorothea. Yeah. Big to Taiwan. Um, is there something you miss most? Miss? You miss. Food. Food. Yeah. You miss the spices, or general, some specific food, or can you... Can you tell me what? It's a little bit to describe. Yeah. And also a lot of drink, because we have many kind of tea. Okay. And in here I cannot find. Okay. Or... Yeah, but here I have many wine, but I still miss the tea. Okay. Um, food. Uh, yes, because I don't know how to say the name. Right. Right. What do you eat most, like crocodiles, or elephants, or fish? I don't know. What do you eat? I'm vegetarian. Oh, wow. Yeah. That's the tofu. Yeah. Yeah. Tofu. So, yeah, all these little tofu animals that have to die, just so you can be vegetarian. Yeah. 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 I think, uh, food differences, uh, for example, so the way you, uh, how you eat in Taiwan, you have many, still, you have, uh, street markets, and you can have street food. Mm-hmm. So, also, shops are open, uh, 24 hours. So you can go any time. Food is also more cheap, um, in comparison to here. So, yeah. It's, uh... So it's another food culture. It's a little bit, yeah. Yeah. You don't cook so much? Uh, not in Taiwan, but in here, yes. Yeah. Okay. So, there are quite, also, a lot of people who don't really cook at home in Taiwan, I think. Yes. They even don't have... Too convenient. Too convenient. Because food out is cheap and good. Yeah. Yeah. Okay. So there are people that don't have an oven, they don't have anything at home. Mm-hmm. So they just eat always outside. Yeah. Yeah. Sounds good. I wouldn't miss that, too. Yeah. And, yeah. They have some vegetables we don't have here in Europe. Yeah. They have many fruits we don't have here, tropical climate. Yeah. They have many, for example, about the vegetarian food, they have many different kinds of tofu. They have... Mm-hmm. Uh, also food made out of flour, I think, which we don't have here. Yeah. So... In California, where I come from, there's a very large expatriate group of, you know, immigrants from China, from Japan, from Korea. And if someone asked me, what do I miss the most from California, I would also say food. Because, you know, like, they have, you know... In California, you go to Northern California, a Chinese restaurant. Mm-hmm. So, chances are, it's run by Chinese people, and Chinese people eat there. Or Taiwanese people run it, and Taiwanese people eat there. And then you go here, and maybe you have some... It's run by Filipinos. And... And it's... The food... That's not the... It's European. It's for the European tastes. Yeah. And that's a big difference, because there are also Chinese restaurants in America. It doesn't matter if it's run by whoever. But there are some that are designed for the American palate, and they just taste completely differently. It's like... Did you found a Taiwanese restaurant in Vienna that cooks real food? Also, like, the way at home? Not really. Not really. But it has a good one. Yeah. But not really like it at home. Of course. Yeah. How about drinking? Is there a difference in drinking culture? Yeah, because we have so many combinations. With... Different tea together. We all have a new one. So... How to say that? I think you were asking about alcohol. Alcohol. Maybe... Maybe not... So different here. But... The beer... Here, the beer is... Much, much better. Yes. And... More kind than Taiwan. More kind? More... Different type. Different type. Okay. And... Is there a culture of wine drinking in Taiwan? No. No? 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 No. No? No? No... No? 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 Yeah? Ja, aber auch Cocktails. Do you drink Cocktails in Taiwan? Cocktails, du kannst es mit... 600 Beechts. Mojito. In Nikolada. Ja, ja, ja. Das ist überall. Ja, ich denke so. Everywhere, du hast amerikanische Bars. Wenn du in Taipei hast, du hast eine gute Party-Bars? Oh. In Papi-Bars. One question. Do you like cheese? European cheese? Yes. Before I came here, I didn't know so many kinds of cheese. Oh, but you know cheese? Because Taiwan always has American cheese. Oh, okay. We don't have it like in here. It's not cheese. American cheese. It's not even cheese. It's a mix of chemicals. Maybe just two kinds. I don't know the name, but the taste always is the same. But in here, so many kinds, and soft, and strong, and it's a different function. So you don't have cows? We have. But we don't have so many kinds of cheese. But you know what cheese is? It's said that it's verdorben. Fermented. 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 Yeah, yeah. And now it's verdorben. What makes people to have fun in Taiwan? Is there some difference between here? Yes. We always go out at night. Out at night to the same food stall? Yeah. Or to karaoke? Because, yes, so many possibilities. Because a movie theater is very, very popular. Popular, yeah. Yes, we like to go to the movies theater. It's not so expensive like here. Okay, yeah. And the quality is very good. I think you can even meet your own movie theater. You can rent. Yes, you can rent a small room and just a couple. So you go there with friends? Yes, yes. I like KTV. And barbecue also people very like. Mm-hmm. Outside. Pop. Night markets? Yeah, night markets. What is a night market? All around is street food. Okay. Yeah, and just we call them a night market. It's only in line, in the middle line. But you do that alone if you come home from work? Or is this something you do with your friends to go out for party? Both is good. Both, okay. Yeah. You walk 24 hours outside on the street, you don't feel lonely because you always help people. Mm-hmm. Did you think it's... No, sorry. No such thing like an empty road. Like you get here at night. Yeah. Yeah, not at night. Okay. Okay. Sorry about that. Do you think that it's more boring here? I get bored. In comparison. Yeah. Yeah. People from Asia always ask me, what are you doing for fun? What do you do in your free time? Meet friends. Yeah. What do you do for fun? For them was all, everyone here looked like, you know, people from like middle ages or something. Middle ages. Yeah. People go for podcasting, of course. Yeah. But we have to say that in Vienna there are something like U4 and like that. So... There are... Yeah. U4 disco. And... Disco. Disco. Yeah. So... There exists... There exists... So... There exists... So... We really... Even if we have it, we don't really use it. Never. Did you notice some difference in how people dance or how popular is dancing? So it's not dancing on a stage but dancing for people like going on the street or discotheque dancing or is there ballroom dancing or... Or you may have different? No. Yeah. I want to find out the difference between... Dancing culture. Dancing culture difference, so to speak. Is it popular like to know ballroom dancing in Taiwan? Ballroom. 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 No, it's not popular. To be honest, I don't think it's popular here either. In Vienna it's popular. But you go dancing a lot. Yeah. He does ballroom dancing. But still everyone here, if you're 17 years... In Vienna and in Akkustov is mega popular. Yeah. I'm from America, so I mean... To Europe. Because every school they have their own ballroom, so... Uh-huh. Yeah, I just come from, you know, the middle... the ass of the world. So... Good. To sum it up, you spent now I think eight or nine months here? Yeah, yeah. Already found a native boyfriend? Yeah. Yeah. Good that you didn't ask that in America. Huh? What? Good that you didn't ask that in America. A native American. Yeah, exactly. A native Austrian. Very creative, yeah. Yeah, how you communicate? How? What? He does not look like he speaks Chinese, so... How you... How you ask like... How you communicate with each other in which language? In English. In English. That works? Yeah. Yeah. Okay. Have you... Okay. Let's make this a couple podcast. Um... Yeah. Yeah. Um... Is there something, um... Like a cultural difference? Cultural... Yeah. Difference? That you noticed... In the relationship, but not before. Like a figure, you're in your twenties, you maybe spent your puberty years dreaming of having an Asian girlfriend, and now you have one, and then suddenly you realize that something is not in my dreams, but it's in my life now. Can you elaborate in that direction? That's a pretty personal question. Yeah. Okay. Okay. That's really personal. Of course you're welcome to interact. Actually, um... I think it's not a big difference, I think. It really depends on the person itself. Of course, um... Yeah. There is... You look really sad now. No, I think because before we met, he already know a lot about Chinese culture. Yeah. So actually it's not everything that new for me. So you prepared very strategically to... I was in Taiwan before, alone, traveling. I was in mainland China also before, so... So you was alone in Taiwan? Taiwan. Taiwan, yeah. And then you came back to Vienna? Yeah. And met a Taiwanese? Yeah, and we met here, yeah. Okay. Okay. So you were already familiar a bit with the culture? Yeah. Yeah. Okay. On the other hand, you were preparing yourself to live in Europe? Uh... Future, yeah. Yeah? Yes. Okay. How? How? How, yes. Are there every classes or things Europeans don't do? Uh... I'm not really... Are you watching European films or something? What? Were you watching European films where people do nothing except talking? French intellectual films and don't say, oh, that will be my future life? No, because this is not in my plan. It was not in your plan? Yeah. I come here to join the audition. Okay. So, yeah, this is the future, I have to work out. You have to work it out? Yes. Okay. And in your life so far, how long are you together now in Austria? Uh... How many months? More than five months. More than five... A half year nearly. Is there something you sometimes wished that would be different? Uh... Like, except the food. What do you mean? Wish... Different in Austria? Well, if you... No, no. Relationship ones. Uh... I think it's your first European boyfriend. Yeah. Yeah, yeah. So... Do you sometimes feel not understood correctly and you think that's a cultural thing? Would you like us to send him out of the room? Yeah. Can you speak more freely? Yeah. Now I know. One thing is... He does... I feel... Can I say anything? I feel he don't know how to clean. Can we say that Austrian men are maybe dirty? He... Clean himself or can you... No, 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 no. He is not... He loves clean but it's like... He always uses... How do you use it? Uh... Yes. And... Because... No... Now I know what's the problem. The problem is... When he... Before elementary school or junior high school they don't clean the classroom by themselves. Yeah. But we do. Ah, wow. We do a lot. Yeah. So it's a lot of... So from a young age you teach to clean rooms after you mess them up. And so I'm... Too surprised. In contrast. To shots. Yeah. How do you clean this? So he can live comfortably in a dirty room. Yeah. As a man I completely share this picture. And this was a bit shocking for you. Only not better. Yeah. I... I was home school so I... So... So can we give future advice to potential inter... Intercontinental couples? Yes. That a European man should... Should be... Get used to idea to clean their rooms. Yeah. Is that something you... Interesting. Okay. Something else in this direction? It's very popular. No. It's good. Maybe you saved the future of other couples here by now giving advice. Yeah. 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 You know what? Yeah. Yeah. That's still a film, huh? Ja. Okay.